Harte Aufschläge, schnelle Angriffe, sichere Blocks. Volleyball. Bei diesem energiegeladenen, rasanten Spiel sind Deutschlands Männer in der Weltspitze angekommen und wollen dort auch bleiben. Olympische Spiele London 2012. Fünfter Platz. Das beste Ergebnis seit der Silbermedaille für die DDR 1972. Weltmeisterschaft 2014. Bronze. Die erste WM-Medaille seit 44 Jahren. European Games in Baku 2015. Gold bei der Premiere. Eine Enttäuschung hingegen bei der Europameisterschaft. Im Viertelfinale bereits das Aus gegen Bulgarien. Bei diesem Turnier fehlt den Deutschen noch immer eine Medaille.